Grüezi und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge Das Gespräch auf YouTube als Podcast auch zu hören. Das Audio-Podcast, schön, dass du wieder dabei bist. Ich bin der Christian Kaspari und heute habe ich zwei Gäste da, den Manuel und den Daniel. Das ist so ähnlich, die Namen. Das ist Daniel und das ist Manuel. Herzlich willkommen, ihr beiden. Ich freue mich echt sehr, dass ihr da seid. Ihr habt es schon gehört, mit Grüezi grüße ich euch normalerweise nicht, denn die beiden kommen aus der Schweiz. Richtig? Ja, das ist richtig. Ihr habt mindestens drei Dinge gemeinsam. Ihr glaubt beide an Jesus Christus. Ihr kommt beide aus der Schweiz und ihr arbeitet seit kurzem hier bei uns im Missionswerk Heukelbach. Was muss man noch über euch wissen? Daniel, fang du doch mal an. Ich komme aus dem westlichen Teil der Schweiz. Kanton Fribourg ist zweisprachig, französisch und ein bisschen schweizerdeutsch. Unsere Kinder sind bereits gross erwachsen. Unsere beiden Töchter sind ausgeflogen. Das ist der Unterschied zu Manuel. Bei dir sind sie noch nicht ausgeflogen. Nein, nein, die sind erst eingeflogen. Genau. Nein, ich komme aus St. Gallen. Das ist in der Ostschweiz. Die Schweizer, die wissen das. Genau. Und ich habe jetzt einen Sohn. Der ist, wir drei. Und ich habe eine Tochter, die ist acht Monate jetzt. Genau. Und eine liebe Frau. Genau. Und ja, seit November dürfen wir hier arbeiten. Es ist eine große Freude. Und eben dieses Evangelium zu verbreiten ist natürlich auch ein Vorrecht für mich und also, wie wir auch besprochen haben, auch für Daniel. Genau. Ja, ihr seid beides Schweizer. Uns fallen da gleich zwei Bs ein, Banken und Berge. Was sollte aus eurer Sicht Deutsche über die Schweiz wissen? Daniel, was muss man über die Schweiz wissen als Deutscher? Es gibt eigentlich 26 Kantone und die sind stolz, dass sie ihre Eigenständigkeit behalten. Okay. Das fängt schon bei der Sprache an, dass man in manchen Kantonen so spricht, dass man sich in anderen Kantonen nicht versteht. Und das, was wir jetzt hier sprechen, ist ja für euch eigentlich Schweizerdeutsch. Aber für uns ist das eigentlich eine Fremdsprache. Da wo du wohnst, sprich mal was. In dieser Sprache. In dem Platt. Oder wie sagt man? In meinem Dialekt. Ja, ja, in deinem Dialekt. Also es freut mich, dass wir hier dürfen sein. Und es ist schön, dass wir miteinander reden können und vor allem, dass wir alle zusammen den gleichen Herr haben, Herr Jesus Christus. Aber bis jetzt habe ich alles verstanden. Ich weiss nicht, wie euch das geht. Ja gut, wir bleiben lieber doch bei der ersten Variante. Okay, was muss man noch wissen als Deutscher über die Schweiz? Dass wir zwar mit Europa zusammenarbeiten, aber eigentlich nicht in Europa sind. Und das sind ja auch Eigenständigkeiten, die in der Schweiz sehr stark betont werden. Hast du noch was dazu zu ergänzen, Manuel? Ja, ja, also wir haben da eben die Kantone, da gibt es ein Kantönligeist. Wir haben auch einen Röstigraben, wo die Westschweiz, die denkt anders wie die Ostschweiz. Okay, was heißt Kantönligeist? Kantönligeist, das ist, jeder Kanton denkt für sich alleine. Und das sieht man dann, Appenzell haben wir zum Beispiel, Appenzellinnerroden. Und das war, heute ist es nicht mehr so extrem, aber die haben nicht mehr gesprochen mit dem Aussenroden. Appenzell außerroden. Also das war mal ganz, ganz stark, strikt getrennt. Und ja, das ist schwer nachvollziehbar, auch für uns heute, für die junge Generation. Aber in den älteren Generationen sitzt da noch ein bisschen was mehr fest. Ja, genau. Okay, ja. Die Schweiz hat es vor kurzem auf den zweiten, auf Platz zwei der reichsten Länder der Erde geschafft, nach Luxemburg. Wie beeinflusst dieser Wohlstand das Leben, gerade auch in religiöser Hinsicht, Daniel? Magst du da was zu sagen? Ja, das Geld ist ein Riesenthema in der Schweiz, ja. Es gibt diesen Graben zwischen den Reichen und den Armen, die immer grösser werden. Also es ist auch für viele Leute, die in Pension gehen, gar nicht mehr möglich, dass sie überhaupt ihre Rechnungen bezahlen können. Und dann gibt es einfach sehr viele reiche Leute, die werden immer reicher. Also das Problem ist eigentlich dasselbe wie überall. Es gibt zwar sehr viel Geld, aber die Gräben zwischen in der Bevölkerung, die, ja, die werden auch immer grösser. Also das hat nicht nur einen Zusammenhang mit dem Röstigraben, sondern es ist wirklich ein Problem, dass sehr viele Leute, immer mehr Leute in der Schweiz eigentlich working poor sind. Das heisst, sie können mit dem Geld, das sie Ende Monat erhalten, eigentlich Rechnungen nicht mehr bezahlen. Also diese Schicht, diese Gesellschaftsschicht wächst. Genau. Und die Mittelschicht, wie gross ist die Mittelschicht in der Schweiz? Oder gibt es das nicht? Doch, das gibt es auch. Also die Mittelschicht ist, glaube ich, nach wie vor der grösste Teil der Bevölkerung, aber es trennt sich immer mehr in eben Reiche und Arme. Das ist so ein Phänomen, das sich auftut. Und in Bezug auf Glauben, also gerade auf christlichen Glauben, in religiöser Hinsicht, vielleicht allgemeiner formuliert. Was hat das für Auswirkungen? Also wenn man so die letzten Jahre in der Schweiz beobachtet, dann sieht man, dass viele Schweizer sehr materialistisch denken und auch sich so verhalten, dass eben die Karriere ist sehr wichtig, die Ausbildung ist sehr wichtig. Also wenn du einen Master hast oder einen Bachelor in irgendwas, dann bist du jemand. Und man merkt ein bisschen, dass das ablenkt sehr stark auch den Reichtum. Den bringt die Menschen dazu, das ist meine Auffassung, dass sie vergessen, was Christus in unserem Land ist und was auch der Glaube für eine Wertstellung hat oder auch hatte bei uns in der Schweiz. Und das wird immer mehr, wird das über so ein bisschen den Personenkult. Man muss sich selber verwirklichen. Man ist ein eigener Gott. Man muss sich verwirklichen und das höchste Ziel ist, so viel Geld zu verdienen wie möglich. Also so sehe ich das ein bisschen. Und auch eben, dass darunter auch die Familie leidet, oder? Also Kinder, die dann eben sehr früh abgegeben werden und dann fremd betreut werden, dass Mutter und Vater arbeiten können, damit halt dieser Wohlstand dann auch aufrecht erhalten werden kann, oder? Und das denke ich, das lenkt sehr stark ab, dass es sehr stark immer mehr auf Leistung und und der Glaube, der wird wie verdrängt, der wird ein bisschen an die Seite gestellt. Ich kann vielleicht ergänzen. Vor zwei Jahren habe ich einen Pastor im Kanton Tessin kennengelernt, der kommt aus Afrika. Und er hat gesagt, aus ihrer Sicht ist Europa der atheistischste Kontinent, danke, der Welt und die Schweiz eines der atheistischen Länder. Und wir würden überschwemmt mit Missionaren aus allen Teilen der Welt, wenn das Problem nicht wäre, dass die Gemeinde, die ihn aussendet, ihn ja finanzieren muss, bis er eine eigene Gemeinde hier aufgebaut hat. Ja, weil die Schweiz auch nicht gerade günstig zu geben ist. Ja, eben, genau. Aber wenn das nicht wäre, würden wir überschwemmt mit Missionaren. Also das ist eigentlich deutlich genug. Manche von den Zuhörern und Zuschauern, der sagt, sagen die Namen Zwingli und Kalwin noch was. Sie waren prägend als Schweizer Reformatoren in ihrer Zeit. Und auch die Wiedertäufe, die heutigen Mennoniten entstanden da unter anderem in der Schweiz auch. Was merkt man heute noch von diesem Erbe, Daniel? Es gibt immer diese Prägung, gibt es immer noch. Also dass man Gemeinden hat, die die eine oder andere Richtung gehen. Aber das ist das, was wir ja schon besprochen haben, dass heute eigentlich das um sich selber drehen sehr stark überhand genommen hat. Dass die klare Ausrichtung auf das Evangelium, die fällt also zunehmend, überall. Gut, das ist so eine Sichtweise. Die anderen, die das machen, sehen das natürlich anders. Und das ist eigentlich immer mehr, es muss mir gut gehen und passt es mir oder passt es mir nicht. Aber eigentlich das, was die Bibel mich auffordert, dass ich mich genau an der Bibel halten soll und dass ich genau so leben soll, wie die Bibel es sagt, das geht immer mehr in den Hintergrund. Etwa zwei Prozent der Schweizer sind katholisch oder evangelisch und nur zwei Prozent sind freikirchlich oder kommen aus Freikirchen. Ihr kennt beide ja so die christliche Landschaft in der Schweiz. Wie erlebt ihr so die Lage? Ja, also spannend ist ja dabei, wenn du Steuern zahlst und zu einer Konfession dazugehörst oder dann wirst du gezählt. Und das ist ja, wenn du evangelisch bist, dann heisst das nicht unbedingt, dass du gläubig bist. Also du zahlst einfach deine Kirchensteuer, du gibst Recht, das wird dann per Steuererklärung erfasst, dass du dieser Konfession angehörst. Aber wie sie dann mit dem Glauben umgehen, das ist eine andere Sache. Das ist dann einfach, das gehört zum guten Ton, dass man zur Kirche gehört. Und man geht auch an Weihnachten geht man da mal hin, aber sonst mit dem Glauben hat man da nicht mehr viel zu tun. Also es sind wenige, die dann wirklich in der evangelischen oder katholischen Kirche eingetragen sind, dass die auch wirklich an Jesus Christus glauben und dann von neuem geboren sind. Das ist wahrscheinlich, wenn man diesen Prozent teilnehmen würde, dann wäre das noch weniger. Noch weniger. Genau. Und eben die freievangelischen, die sind natürlich auch nicht alle erfasst. Also wir haben da auch so Hausgemeinden. Hausgemeinden und... Ist das durchaus üblich, dass man sich in Hausgemeinden... Das gibt es auch, dass eben die sich in Hausgemeinden treffen. Und da weiss man von vielen Gemeinschaften gar nichts, dass die existieren. Und daher ist das christliche Umfeld schon sehr gross. Also es hat viele Christen, das muss ich sagen. Also ich bin teilweise wirklich überrascht, wo man die überall antrifft. Aber eben ist es natürlich so, dass es trotzdem die Minderheit ist in der Gesellschaft. Also wenn ich das richtig verstanden habe, katholisch, evangelisch, sehr verbreitet, aber es ist eigentlich nur so eine äußere Form, die man da noch wartet. Es ist kein lebendiger Glaube. Leute gehen vielleicht noch in die Kirche, zahlen Kirchensteuer, aber auch nur zu besonderen Anlässen geht man so in die Kirche. Aber viele sind evangelisch oder katholisch. Und Freikirchen, findet man die auch in grösseren Gruppierungen oder gibt es da nur so Hausgemeinden? Nein, das gibt sehr viele freikirchliche Gemeinden, sage ich jetzt mal, unterschiedliche Prägungen. Von sehr traditionell, sage ich mal, bibeltreu bis zu sehr charismatisch gibt es die ganze Bandbreite. Ist es sehr bunt? Sehr bunt, also die ist wirklich sehr bunt, ja. Sehr viel Schicht. Sehr bunt und es entstehen auch dauernd wieder neue, weil jemand sagt, das, was sie da haben, das passt mir nicht, sondern ich sehe es noch ein bisschen anders. Ist das so ähnlich wie in den Kantonen? Ja, ja, das widerspiegelt sich auch in den Gemeinden ein bisschen. Also dass man immer so sagt, nee, mit denen nicht und lieber selber. Genau. Und dann spaltet man sich ständig und so. Echt? Also, das steckt in den Schweizern drin. Irgendwie, dass sie stark sind in ihrer eigenen Ansichtsweise und das dann versuchen auch so zu leben. Okay. Und wachsen diese Gemeinden? Kommen da Menschen zum Glauben? Kriegt ihr das mit? Wir haben sehr viel einen Austausch, dass eben Gemeindemitglieder sagen, ja, hier passt es mir nicht, dann suchen sie sich eine andere, gehen dorthin. Also der Austausch, sage ich mal, Mitglieder. Also so Churchhopping. Genau. Das ist wirklich. Das ist häufig. Also so eine Verbindlichkeit in einer Gemeinde, das schwindet mehr und mehr. Ja, und auch dieses Anliegen, um das Evangelium nach außen zu tragen, ist auch etwas, was, also die Auffassung in den Gemeinden ist, so wie ich das auch wieder meine Ansicht sehe, ist es, man ist innerlich sehr gut organisiert, man ist, innen hat man eine gute Gemeinschaft, es kommen in der Gemeinde selber drin auch Menschen zum Glauben. Aber wenn man anschaut, was gegen außen passiert oder wenn man das beobachtet, auch in den letzten Jahren, wie viele Christen das auf die Strasse gehen und dann nimmt das ab. Also das ist abnehmend. Und das ist natürlich beängstigend, wenn die Christen nicht mehr rausgehen, nur noch um sich selbst drehen. Und eben dann die Verlagerung ist einfach von Schäfchen, dann ist da nicht viel Wachstum. Und wenn wir jetzt nach außen schauen, ist der Schweizer offen für das Evangelium? Wenn es nach seinem Gusto geht schon. Also wenn es nach seiner Art, so wie er es sieht, geht. Also dass das Evangelium eigentlich so angepasst wird, dass es mir passt. Es geht nicht darum, dass ich die Bibel lese und die Bibel lese, sagt, jeder Mensch ist Sünder, ich auch, und ich muss uns den Jesus Christus annehmen und ich muss dann die zehn Gebote versuchen einzuhalten und so zu leben. Das ist eigentlich nicht mehr gefragt. Es ist sehr ein kleiner Teil, der wirklich noch danach leben muss. Aber das Problem ist eigentlich die Verkündigung, dass, nur ein Beispiel, meine Frau hat in einem Kaufhaus in Bern eine Frau getroffen, die hat sie noch etwas gefragt. Sie ging mit dir, hat den Artikel gesucht und am Ende hat meine Frau ihr eine Taschenbibel gegeben und mit dir gesprochen. Und eben auch, dass wir uns hier auf dieser Erde entscheiden müssen. Und dann hat diese Frau gesagt, sie hat jetzt ihr ganzes Leben hier in der Schweiz gelebt. Sie kenne die Bibel, hat auch Predigen gehört, alles. Aber dass sie sich hier und jetzt entscheiden muss, um dann, wenn sie gestorben ist, in den Himmel zu kommen, das habe sie noch nie gehört. Und das ist eigentlich das Krasse für mich. Dass wir diese klare Aussage, Johannes 3,16, ist für mich unmissverständlich, dass das nicht mehr so einfach verkündet wird. Was sind aus eurer Sicht so die drei größten Probleme oder Nöte der Schweizer? Also was sicher eine große Not ist, ist in der Jugend. Also hier haben wir eben Drogen, die da eine große Not ist. Oder halt einfach auch Familien, die sehr zerrüttet sind. Da gibt es immer mehr, die auch psychiatrische Hilfe anfordern. Dann haben wir auch die Familien, die Kosten für die untere Schicht, die sind so hoch, dass dann wirklich beide Elternteile arbeiten müssen. Und dann halt wirklich die Kinder dementsprechend auch vernachlässigt sind, aus meiner Sicht. Und dann in den älteren Generationen, vor allem jetzt auch über Corona, ist das, dass die einfach eben wie ein bisschen abgeschoben werden in die Altenheime. Dass die dann, wenn ich das mit Italien vergleiche, oder, da sind die super aufgehoben, da ist ein Haus, die ganze Familie da. Und weil man so beschäftigt ist mit der Arbeit, weil das so viel einnimmt, wird einem wie auch die Zeit genommen für die Familie. Also arbeiten, um den Wohlstand zu erhalten und zu sichern. Und Familien, familiäre Beziehungen, Ehen und so weiter werden vernachlässigt und gehen mehr oder weniger kaputt. Jugend hast du angesprochen. Ist das ein grosses Problem? Beobachtest du das auch so? Ja, nur ein Beispiel. Mit einem Studenten habe ich über die Bibel gesprochen. Und dann hat er gesagt, ah, hat das Pluszeichen auf dem Bundeshaus. War es mit der Bibel zu tun? Der wusste nicht mehr, dass das ein Kreuz ist. Aber eigentlich hat er sich gefragt, was waren das für Leute, die ein Pluszeichen auf ein Bundeshaus stellen. Dabei ist es das Kreuz. Und das ist für mich eigentlich die grösste Schwierigkeit oder Herausforderung, dass die jungen Menschen, damals ich in der Jugend habe überall biblischen Unterricht gehabt, auch in der Schule, Sonntagsschule, überall, wir waren da und damit konfrontiert, aber die heutige Jugend eigentlich überhaupt nicht mehr. Also die christlichen Werte, die für mich die Schweiz so gross gemacht haben, die werden heute nicht mehr weitergegeben. Und das ist für mich das zentrale Problem, dass in den Schulen immer noch gelehrt werden sollte, dass die Familien immer noch eine Beziehung hätten zu einer Kirche, wo dieser Unterricht und diese Unterweisung immer noch stattfindet. Das ist heute eigentlich weg und das schade. Und das kann man schon insgesamt auf die ganze Schweiz sagen. Das ist sicherlich auch unterschiedlich gewichtet von Kanton zu Kanton und Stadt zu Stadt. Aber insgesamt ist das so ein Bild, was ihr wahrnehmt und was eigentlich Zeichen sind, wenn man das weiterdenkt. Wo wird die Schweiz in 30, 40 Jahren sein? Was wird mit den Jugendlichen passieren, die ja irgendwie die Zukunft sind für so ein Land? Der Drogenkonsum ist ja schon ziemlich hoch. Ja, es gab ja vor etwa zwei oder so Monaten eine Auswertung, dass wir eigentlich in der Schweiz an der Spitze sind, Punkt der Drogenkonsum im Vergleich zu Europa. Echt? Ja, voll an der Spitze sind wir. Wie kommt das? Ist es diese Hoffnungslosigkeit? Ich würde sagen, dass viele mehr Geld haben, wie in anderen Orten. Auch die Jungen, die haben mehr Geld zur Verfügung. Und dann ein bisschen die Flucht aus der Realität zu finden im Ausgang. Und da eben auch natürlich die Leistungsfähigkeit zu steigern über das Kokain. Das ist auch ein großes Thema in der Bankenbranche zum Beispiel. Das ist bekannt. Und ich würde sagen, dass es mit dem Wohlstand hat es auch zu tun. Oder ich höre auch immer wieder eben, dass Studenten diesem Druck, dem sie da oder diese Leistung, die sie da bringen müssen, dass sie das ohne diese gewissen Hilfsmittel, werden die dann gar nicht, dass die das gar nicht bewältigen. Weil der Druck so enorm ist. Ja, genau. Ach, krass. Und wenn man es sich leisten kann, greift man dann zu diesen Drogen? Scheinbar ja, weil die haben diese Messungen in den Abwässern gemacht, haben das analysiert, wie viel von diesen Drogen da auffindbar ist. Und das muss scheinbar ja so hohe Werte sein, dass wir da an der Spitze sind vom Kontinent Europa. Und natürlich, die Kriminalität ist nicht so hoch, weil die meisten es sich leisten können, ganz legal Drogen zu beschaffen. Dann fällt das auch nicht so auf. Also legal ist es nicht. Ja, es ist illegal natürlich, aber ich meine, mit Geld das so zu bezahlen, man muss es nicht klauen. Ja, genau. Aber es ist natürlich auch eine Riesenorganisation dahinter. Das ist für mich äusserst kriminell. Mafia. Wie auch immer. Ich weiss nicht, wer auch immer das in die Schweiz reinbringt, aber das sind Riesenmengen, die jeden Tag in die Schweiz reinkommen müssen, um diesen Bedarf zu decken. Und das ist für mich natürlich absolut tragisch. Ja. Da sind irgendwo Organisationsstrukturen vorhanden, ja, die das ermöglichen. Und das ist eigentlich das Schlimme, ja. Ja, krass. Also Drogenreichtum, irgendwie dieser Druck, dieser Leistungsdruck, der auf den Menschen lastet, irgendwie auch den Wohlstand zu erhalten oder zu mehren, große Probleme, ja. Wie kann man es als Schweizer schaffen, seinen Landsleuten die gute Nachricht weiterzugeben? Ich weiss, dass das euer Herzensanliegen ist. Ja, wir wollen, dass die Schweizer das Evangelium hören, denn der Schweizer braucht Jesus Christus. Das ist euer Anliegen. Das habe ich auch schon aus vorigen Gesprächen mit euch immer wieder rausgehört. Ja, aber wie kann man das machen? Wie kann man sie mit dem Evangelium erreichen? Wo setzt man da an? Wenn ich vergleiche mit meiner Jugend, war es eigentlich üblich, dass die Gemeinden jedes Jahr eine Evangelisation durchgeführt haben. Heute ist das eigentlich nicht mehr der Fall. Es sind sehr wenige, die das noch tun. Aber was wir sehen, ist einfach, dass auch, ja, unser Jesus Christus erbaut sein Reich. Ihn kann niemand aufhalten, ihm kann niemand in die Suppe spucken und er bildet das mit den Menschen, die dazu bereit sind. Und das ist ein Teil von mir, das ist für mich absolut erstaunlich, wenn ich sehe, wie das sich immer mehr wandelt zu persönlicher, also von Mensch zu Mensch, Evangelisation. Und das ist heutzutage auch sehr jung. Also ich stelle auch über Manuel, dass er bereit ist, als so junger Mann diesen Dienst zu tun. Und wie viele andere, sehr junge Menschen in diesem Alter, wäre ich nie und nimmer bereit gewesen, das zu tun. Bereit sind, das zu tun. Und wenn ich da sehe, was da abgeht, das ist also wirklich wunderbar. Ja, ich finde, das ist wahrscheinlich auch aufgrund der Corona-Situation jetzt eine Möglichkeit, die sich so noch mehr verstärkt, weil viele Kirchen nur noch eingeschränkt Gottesdienste haben, dass dieses Eins-zu-Eins, oder man darf sich nur noch in kleinen Gruppen treffen, dann einfach verstärkt noch mehr kommen wird. Und das finde ich eine wunderbare Sache. Und das berührt mich zutiefst, wenn ich das immer wieder höre, wo überall Menschen persönlich bereit sind, ihr Lebenszeugnis den anderen mitzuteilen. Und das ist wirklich eine Sache, die sehr stark wächst. Das ist sehr erfolgreich. Manuel, was hast du für Gedanken dabei, wenn es darum geht, den Schweizern das Evangelium zu bringen? Ja, da habe ich gute Gedanken dabei. Das erfüllt mich mit Freude. Nein, es ist so, dass eben der Mut vielen fehlt. Meistens, wenn sie in Gespräche hineinkommen, dann versuchen sie ein bisschen den Glauben zu verteidigen. Oder sie kommen dann, der Christ kommt dann so in eine verteidigende Position hinein. Und das merkt natürlich das Gegenüber. Ja, der muss sein Glauben verteidigen. Aber ich habe viel erfahren, wenn ich mit anderen Menschen gesprochen habe und sie konfrontiert habe mit dem Tod, mit Sünde, mit dem Kreuz, dass Jesus Christus gestorben ist, auferstanden ist und lebt und dass er nicht möchte, dass einer verloren geht. Und dann sie konfrontieren mit dem, dass das für mich ist, das Wahrheit. Und für ihn ist es vielleicht nicht Wahrheit, aber er hat eine 50, wenn wir jetzt zusammen sind, er hat eine 50 zu 50 Auswahl, wo er treffen kann, wo er sagt, okay, ich glaube 100 Prozent, dass ich in den Himmel komme durch Christus, und er glaubt das nicht. Und wenn du die Menschen so konfrontierst mit dem Evangelium und eigentlich in die Offensive gehst, anstatt in die Defensive, dann fangen die Personen an nachzudenken. Sie werden nachdenklich, sie studieren über das Wort nach. Und ich durfte auch erleben bei der Arbeit, dass ich mal ins Gespräch gekommen bin, einfach über finanzielle Themen, ja, das kann man nicht in den Himmel mitnehmen. Und dann ist er so aufgesprungen, ja, glaubst du an den Himmel und ja und so. Und der hat dann gesagt, ja, er möchte mehr darüber wissen, oder? Und ich bin der Meinung, dass viele Christen einfach auch nicht den Mut haben, um zu reden, um zu bezeugen, was hat Christus Wunderbares in meinem Leben bewirkt. Und das Zeugnis, das ich habe, das können sie mir nicht wegnehmen, weil ich habe erlebt, wie Jesus Christus in mein Leben gekommen ist, wie er es verändert hat. Und wenn ich das nach außen ausstrahle und auch lebe, dann sehen sie das. Und das ist auch der Auftrag, den wir haben, dass wir hinausgehen, es verkündigen oder auch ein Licht sind, zahlt sind. Und wenn wir das auch so als unsere Lebensmotivation mitnehmen und den anderen bringen, dann erreichen wir sie. Und sie sehen, es ist echt, oder? Und das ist immer so ein bisschen, es ist nicht geheuchelt, das ist immer, die Christen, die kommen schnell so in ein Bild, ja, das sind doch Heuchler, oder? Aber wenn du den Glauben auslebst und auch zu deinen eigenen Fehlern stehst, dann merken sie, nein, das ist nicht einfach nur geheuchelt. Das ist für mich auch interessant, dass Jesus Christus uns ja diesen Job gegeben hat. Er könnte es ja selber tun. Ja. Und wenn wir beten, und das erlebe ich immer wieder, und bevor ich aus dem Haus gehe, immer noch ein paar Sachen einstecke, Taschenbibel, Traktate, was auch immer, und unseren Jesus Christus bitte, dass er mir heute Leute über den Weg schickt, die ein Bedürfnis haben nach Ruhe, nach Frieden, nach einem liebenden Gott, er macht das, er schickt uns diese Menschen über den Weg, weil er kennt jeden einzelnen Mensch und weiss, wie es um ihn steht. Und das ist das, was sich alle Menschen ermutigen möchte, macht das auch. Weil die Erlebnisse, die man dazu macht, die sind fantastisch. Ein Bruder hat mir gesagt, weisst du, ich kann nicht einfach so Leute ansprechen. Und darum bete ich immer, dass unser Jesus Christus mir jemanden schickt, und der soll dann von sich aus anfangen, über die Bibel zu sprechen, oder über Gott, oder was. Und er sagt, weisst du, das funktioniert. Ich treffe mit ihm, und dann plötzlich beginnt er irgendwie über die Bibel, oder was, zu sprechen. Weil ich finde, da ist unser Jesus Christus ja so gnädig. Er unterstützt uns in allem. Er ist allmächtig. Und es ist ja fantastisch, dass er uns trotzdem diesen Job gibt. Und er macht alles für uns. Also, wir müssen nur noch beten und gehen. Weil er will ja, dass wir das. Und er will, dass die Menschen ihn kennenlernen. Und er will alles. Und er wird uns nie überfordern. Nie. Vertrauen wir darauf? Eine Kollegin von uns, meine Frau und mir, hat mir gesagt, ja, sie habe das auch mal versucht, hatte Handwerker im Haus. Und dann plötzlich waren die weg, und hat sich gedacht, ach schade, ich wollte doch dem irgendwo plötzlich ein Traktat geben, oder eine Bibel, oder was. Und dann ging es etwa zehn Minuten, kam er wieder zurück, weil er hatte was vergessen. Ja, weisst du, unser Jesus hat das auch vorbereitet. Oder, dass sie dann noch die Gelegenheit hatte, ihm das zu geben. Also, wenn wir ihn beten und uns, wenn Jesus Christus das ganz klar sagen, der schickt uns die Leute über den Weg. Und auch, wenn wir sehen, Petrus, der hatte auch nach diesen drei Jahren, ja, furchtbar die Hosen gestrichen voll. Ich weiss nicht, wie man auf gut Deutsch sagt, aber er hat drei Jahre unseren Herrn Jesus erlebt, über all die Wunder, seine Allmacht, seine unendliche Liebe. Und am Ende haben ihm ein paar Leute eine komische Frage gesteckt. Er hatte kein Messer am Hals, nichts. Nein, nein, nicht, nicht. Also, ich glaube, die Menschen furcht, das ist klar. Aber auch dazu ist ja unser Jesus da und er unterstützt uns immer wieder. Das erlebe ich immer wieder. Das ist unglaublich, weil, wenn wir ihm sagen, dass wir bereit sind und ihm sagen, dass er uns die Leute über den Weg schicken soll, die ihn heute brauchen, dann tut er das. Ja, das ist schön, das zu erleben, auch wie ihr das auch persönlich erlebt. Das Anliegen, das habe ich so richtig verstanden. Ihr glaubt oder seid überzeugt davon, dass es eigentlich der richtige Weg ist, die persönlichen Beziehungen zu suchen, auf Menschen zuzugehen, über den Glauben zu reden, das, was einen selbst erfüllt, die Hoffnung, die in uns ist, Jesus Christus, davon zu erzählen, ganz natürlich, ganz praktisch, um so auch Menschen neugierig zu machen. Also nicht sich hinzustellen und den Glauben zu verteidigen in erster Linie oder Leute anzupredigen, sondern sie mit Fragen auch neugierig zu machen und herauszufordern, sodass ihr auch persönlich ein Zeugnis geben könnt von eurer Hoffnung, die in euch ist, von Christus selbst. Ja, das ist schön. Und das ist auch euer Anliegen, Christen in der Schweiz dahingehend zu ermutigen, zu unterstützen, zu schulen, zu coachen und ihnen auch diese Perspektive aufzuzeigen, um in ihrem Umfeld ein Hoffnungsstrahl zu sein. Genau so. Für Jesus Christus. Da kann man ja klein anfangen, wenn man sich ja da nicht so sicher ist, ein Traktat weiterzugeben. Das ist nicht so schwierig. Oder irgendwo, wenn man weiss, okay, da kommen viele Leute vorbei, da regnet es nicht hin, ich mache da mal ein Traktat hin, dass es jemand mitnimmt. Auf ganz viele verschiedene Möglichkeiten kann ich den Herrn irgendwo verkünden, dass Menschen in Kontakt kommen mit dem Evangelium und diese Möglichkeiten aufzeigen, oder? Wie kann ich, weil es ist nicht jeder Mensch ist gleich und es gibt introvertierte Menschen, extrovertierte, und jeder Mensch hat da eine andere Möglichkeit, um das Evangelium weiterzugeben. Wir müssen einfach den Herrn fragen, Herr, was willst du, dass ich tue? Und wenn wir das ihn fragen, er zeigt es uns schon auf. Cool. Ja, sehr gut. Nur ein Beispiel. Eine Frau und ich waren vor ein paar Wochen, wir haben Kaffee getrunken und am Schluss schenken wir dem Kölner jeweils eine Taschenbibel oder ein Traktat. Wir haben ihm eine Taschenbibel gegeben, dann hat er gesagt, oh, wie schön, danke. Er sei nicht Christ, aber vor ein paar Tagen habe ich gedacht, ja, vielleicht sei es gut, wenn ich wieder mal die Bibel lese, jetzt kriege ich eine, vielen Dank. Ja, cool. Unser Jesus bereitet alles vor. Ja. Wir sagen es ihm, und das ist für mich auch ermutigend, wenn du dann siehst, wie das Gebet eine Wirkung hat, ermutigt es mich dann auch immer wieder, noch mehr zu beten, weil ich weiss, das wird erhört. Ja, und du erlebst Führung. Und ich erlebe Führung dadurch und ich sehe, was sich bewegt. Weil das finde ich auch, das ist ein Thema, das ganz wichtig ist, auch für die Schweiz. Das Gebetsleben ist für mich sehr verbesserungswürdig, ich mag es jetzt mal so zu sagen. Weil ich auch eben denke, dass viele Leute einfach beten, aber die sehen nie, dass sich was tut dann. Und dass das auf diesem Weg selber, wenn ich erlebe, was da passiert, auch dann im Gebetsleben gestärkt werde und dann noch dort weitermachen kann. Ja, die meisten unserer Zuschauer sind wahrscheinlich eher Deutsche, die in Deutschland wohnen. Was können Sie für das Missionsland Schweiz tun? Beten, ich glaube, das ist das Wichtigste, was wir gebrauchen können. Erstens mal das Gebet für die Arbeit, die wir auch ausrichten dürfen, dass wir offene Türen erreichen, dass wir wissen, was wir verkündigen müssen und wie wir es verkündigen müssen, dass es die Menschen erreicht, ermutigt werden, um auch selber das Evangelium zu verkünden, dass Gemeinden auch das Anliegen, dass das wächst oder die Leidenschaft, um das Evangelium auch nach aussen zu tragen und dass eben auch wichtig ist, dass man da nicht irgendwie zur Allversöhnung oder sonstige Sachen, dass diese Lehren, dass das nicht voranschreitet. Das ist auch ein grosses Problem in der Schweiz, dass so viele Lehreinflüsse, die da kommen und die kränken die Gemeinden wirklich von innen und die werden dann abgeschwächt und man redet dann mehr um irgendwelche Lehren oder sonstige Dinge, anstatt dass man sich fragt, okay, was können wir denn auch tun, um Menschen zu erreichen. Und dann bitte macht Tagesausflüge in die Schweiz, nehmt ein paar Traktate oder Bibeln mit und verteilt die in der Schweiz. Ja, cool. Ich weiss gar nicht, aktuell kommt man da schwierig rein, oder? Also rein kommt man schon, aber wenn man rauskommt, muss man in Garantäne. Aber ich glaube, 24 Stunden passiert nichts, wenn man innerhalb von 24, ich bin nicht sicher, ich habe irgendeine kurze Zeit, einen Ausflug in die Schweiz. Also für euch ein Tipp, wenn ihr in der Nähe der Schweiz wohnt, besorgt euch ein paar Heukebach-Flyer oder was auch immer und geht in die Schweiz und sprecht mit den Menschen dort. Ja, wenn ihr an die nächsten Jahre denkt, ihr seid jetzt recht frisch dabei, hier bei Heukebach und mit dieser Vision, mit diesem Auftrag, die Schweiz im Blick als Schweizer, was wünscht ihr euch für die Schweizer Gemeinden für die nächsten Jahre? Dass die Menschen erleben, was Gebet bewirkt. Indem, dass sie das beten und dann auch tun. Und dadurch, dass alle Menschen das Evangelium hören. Ich habe da eine Zahl gehört. Nehmen wir an, du, Christian, du bringst das Evangelium heute im 2020 manuell. Und dann geht ihr den Rest vom Jahr an den Strand. und nächstes Jahr bringt ihr beide zwei anderen Menschen das Evangelium. Dann haben es schon vier gehört. Und dann macht ihr das ganze Jahr nichts mehr, ihr seid nur am Strand. Und dann im 2022 sind dann ihr vier, bringt anderen vier das Evangelium, dann haben es schon acht gehört. Und wenn wir das dann so jedes Jahr verdoppeln, wie viele Jahre geht es, bis die ganze Menschheit, acht Milliarden Menschen das Evangelium gehört haben? Wie lange? Da muss ich raten, keine Ahnung. Aber es dauert nicht besonders lange. Eben, 36 Jahre. 36 Jahre? Ja, also, wir haben ja einen unglaublichen, wie sagt man, Vorteil. Ja. Wir müssen eigentlich nichts tun. Aber wenn alle Menschen einmal pro Jahr jemandem das Evangelium bringen, dann haben spätestens in 36 Jahren alle Menschen das Evangelium gehört. Ist ja grossartig. Also, das sind ja Voraussetzungen, die sind wunderbar. tun wir es. Sehr schön. Hast du noch was zu ergänzen? Ja, was er eigentlich schon gesagt hat, eben, geht hin und mache zu Jünger. Oder das ist das, was ich so, die Jüngerschaft oder anderen Menschen, wenn man das selber, das Evangelium, anderen weiterbringt, auch egal, wer in der Schweiz ist, wer diese, diese, diese Leidenschaft hat, auch andere mitzuziehen, oder diese zu ermutigen, mitnehmen und auch schulen. Wie kann ich jemandem das Evangelium weitergeben? Dass eben, dass die Jüngerschaft, dass sich das multipliziert, oder? Dass da mehr werden, die rausgehen. Und eben, auch in der Gemeinde drin ist Jüngerschaft so ein wichtiges Thema, was mir auch sehr am Herzen liegt, um das auch dann zu stärken in den Gemeinden. Ruft uns an, wir helfen, wir kommen mit. Wir kommen mit auf die Strasse. Sehr gut. Ja. Vielen Dank euch, Daniel und Manuel, für eure Offenheit. Vielen Dank dir, Christian. Euren Anteil haben an euren Gedanken, auch in Bezug auf die Schweiz und die Schweizer. Ich wünsche euch auf jeden Fall Gottes Segen für euren Dienst. Danke gleichfalls. Das können wir gebrauchen. Ja, danke auch euch. Wir kommen zum Ende fürs Zuschauen und Zuhören, dass ihr dabei wart. Schaut gerne auf unserem YouTube-Kanal vorbei unter Heukebach. Findet ihr uns und abonniert uns, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Ja, gefällt euch das Gespräch? Dann könnt ihr natürlich auch gerne ein Like hinterlassen oder uns schreiben. Über Kommentare und Bewertungen freuen wir uns sehr, damit der Podcast noch bekannter wird. Natürlich kannst du den auch weiterempfehlen. Das finden wir auch klasse. Also, wir sagen vielen Dank und bis zum nächsten Mal in zwei Wochen. Tschüss. Macht's gut. Tschüss. peak. Musik 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 бал